Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat and Great. Wir machen heute eine knusprige und saftige Dorade vom Gasgrill mit ein paar netten Beilagen, sodass alles gleichzeitig fertig wird. Los geht's. Der Hauptdarsteller in unserem Video ist nachher die Dorade. Wir müssen uns aber zuerst um die Kartoffeln als Beilage kümmern, damit nachher alles gleichzeitig fertig wird. Deswegen werden wir diese jetzt einmal abwaschen, dann in einer Schüssel zusammen mit ein bisschen Pflanzenöl, ein bisschen Rosmarin und ein bisschen Salz richtig schön durchmengen und dann dürfen die auf unseren Grill. Den Gasgrill stellen wir jetzt auf 180 Grad indirekte Hitze ein, das bedeutet die inneren Brenner bleiben aus. Die äußeren stellen wir so ein, dass wir nachher eine Deckeltemperatur von 180 Grad Celsius haben. Manchmal ist das bei einem Vierbrenner die äußeren auf volle Pulle, bei einem Dreibrenner meistens auch. Bei einem Sechsbrenner kann es sein, dass ihr die äußeren beiden Brenner jeweils pro Seite zwei dann so auf halbe bis dreiviertel Stufe stellen müsst, damit ihr nachher in der Mitte am Deckelthermometer ca. 180 Grad anliegen habt. Wenn es 200 Grad sind, ist auch nicht schlimm, aber so bei 180 bis 200 Grad solltet ihr liegen. Und dann legen wir unsere Kartoffeln oben aufs Ablagerrost in die Mitte, wo wir keine direkte Hitze haben. Eure Schüssel jetzt nicht direkt auswaschen, alles was hier jetzt noch an Öl, Salz und Rosmarin drin ist, brauchen wir gleich noch für unsere Tomaten. Wir schließen jetzt den Deckel und während jetzt die Kartoffeln hier schon mal ein bisschen garen können, werden wir uns um den Fisch kümmern. Kurzer Einschub an dieser Stelle, wir grillen hier heute mit dem neuen Rösle Videro G4S in der Nero Edition, eine Jubiläumsedition vom Rösle in der 2022 Version. Habe ich auf dem Kanal schon vorgestellt, wenn der euch also interessiert, schaut mal, ich glaube vor zwei Videos war das, da findet ihr das Video dazu. Einziges nicht originales Bauteil an diesem Grill ist hier das Brett in der Seitenablage. Das könnt ihr aber auch noch erwerben, Link ist in der Beschreibung. Unsere Kartoffeln brauchen jetzt so 40 bis 45 Minuten. Tippt nochmal an der Stelle, nehmt möglichst kleine Kartoffeln. Habt ihr jetzt größte Kartoffeln, dann könnt ihr auch mit einer Stunde rechnen. Das genaue Rezept und die Zutaten und die Mengen findet ihr natürlich wie immer bei uns unten in der Videobeschreibung und als PDF. Unsere Fische brauchen circa 15 bis 20 Minuten. Das heißt, wir können die jetzt perfekt vorbereiten. Sobald die vorbereitet sind, können die dann auch auf den Grill wandern. Solltet ihr die Vorbereitung allerdings schon erledigt haben, dann den Fisch unbedingt in den Kühlschrank für die Zeit nicht draußen liegen lassen. Bei der Verarbeitung von rohem Fisch sollte man immer ein paar Hygienestandards beachten. Ich ziehe jetzt hier solche Einweghandschuhe an. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich mache das hier bei Fisch immer ganz gerne, weil auch die Hände zwischendurch immer wieder zu waschen, das kann recht nervig werden. Da ist mir das mit den Handschuhen natürlich praktischer. Wenn ihr da kein Fan von seid, dann lasst ihr das aber. Ein Standard beim Zubereiten von Fisch sind die 3S. Säubern, säuern, salzen. Zum Säubern würde jetzt hier dazugehören, das ist meistens schon vorbereitet, aber sollte das nicht vorbereitet sein, dass man die Fische einmal schuppt. Das bedeutet mit einem Messer unter fließendem Wasser gegen den Strich hier die Schuppen runter. Das habe ich jetzt hier bei den Fischen schon erledigt gehabt. Die waren so küchenfertig vorbereitet und die sind natürlich auch ausgenommen. Ansonsten müsste das noch gemacht werden. Schaut einmal rein, ob da wirklich alles rausgekratzt ist. Ansonsten auch da unter fließendem Wasser nochmal so ein bisschen hinten an der Wirbelsäule, da alles was rot ist, rauskratzen und dann sind die Fische fertig vorbereitet. Der nächste Schritt ist dann also das Säuern. Bevor wir das aber machen, empfehle ich euch jetzt hier bei Nadorade ein paar kleine Schnitte in die Haut zu machen. Das ist natürlich jetzt nicht verpflichtend, aber für das Rezept, was ich euch heute zeige, hat das ein paar entscheidende Vorteile. Dafür nehmt ihr euch ein wunderschön scharfes Messer, im Idealfall möglichst lang und schlank. Ein Filiermesser, Filitiermesser zum Beispiel, ist dafür optimal geeignet. Das gibt es jetzt übrigens seit diesem Wochenende bei uns neu im Shop aus unserer Messerserie, haben wir erweitert, weil ich sage, das macht auf jeden Fall Sinn, so ein Messer in der Küche zu haben. Und damit schneiden wir jetzt die Doraden von beiden Seiten, so in anderthalb bis zwei Zentimeter Abständen, einmal schön ein, einen gezielten Schnitt, ein bisschen schräg angesetzt, durchs Fleisch durch, nicht die Gräten zerschneiden, also es sollte nicht knacken dabei, sondern wirklich nur durchs Fleisch durch. Beim Einschneiden merkt man jetzt auch, wie gut der Fisch geschubbt wurde und mein Fischverkäufer konnte das wohl nicht so gut oder hatte nicht die Geduld heute Morgen. Also da vielleicht auch, ich werde da zumindest in Zukunft dann nochmal das kontrollieren und den Fisch nochmal schuppen und gucken, dass da alles runter ist. Ich habe nämlich jetzt hier überall noch so ein paar Schuppen dran und wir werden ihn ja gleich so knusprig grillen, dass ich die Haut gerne mitessen würde. Und dann ist das immer doof, wenn da so viel Schuppen dran sind. Die Vorteile des Einschneidens sind jetzt, dass wir gleich erstens ne kürzere Garzeit haben, weil die Hitze einfach tiefer jetzt schon hier ins Fleisch eindringen kann. Und wir können unsere Aromen direkt auch ins Fleisch reinbringen. Das heißt, wir können unsere Schlitze jetzt hier gleich spicken mit Knoblauch, mit Zitrone, mit Rosmarin. Aber auch unser Salz hat jetzt überhaupt erst die Möglichkeit, richtig schön ans Fischfleisch ranzukommen. Also nochmal Schritt für Schritt zum Nachmachen. Wir werden jetzt mit Zitrone den Fisch von beiden Seiten und von innen beträufeln. Dann nehmen wir pro Fisch eine Knoblauchzehe, schneiden die in dünne Streifen und spicken dann die Schnitte, die wir gemacht haben, mit diesen Streifen von Knoblauch. Zitrone nehmen wir in unserem Fall jetzt nicht, weil wir wollen den ja angrillen. Die Zitrone würde hier rausgucken und würde dann nachher einfach verbrennen bzw. würde kochen oder zumindest würde der Fisch nachher nicht so werden, wie wir das wollen. Alles, was dann noch an Knoblauch übrig geblieben ist, das füllen wir einfach in den Bauch von unserer Dorade. Sollte euch das zu viel Knoblauch sein oder ihr Knoblauch generell nicht mögen, lasst den weg. Aber so wie wir es hier gemacht haben, kann der gleich ein wunderbares Aroma an unsere Dorade abgeben. Als nächstes befüllen wir jetzt unsere Dorade von innen mit allem, was wir noch wollen. Ich nehme jetzt hier Zitronenscheiben und Rosmarin. Und jetzt können wir unsere Dorade noch von allen Seiten und auch von innen gut salzen. Unser Fisch ist vorbereitet und bevor der jetzt auf den Grill kann, schauen wir noch mal nach den Kartoffeln. Die waren jetzt circa 20 Minuten drauf und nach 20 Minuten werden wir die einmal wenden. Die bekommen jetzt zwar keine direkte Hitze ab, aber trotzdem ist natürlich die Strahlungshitze von unten größer als die Oberhitze vom Deckel. Und deswegen tut man sich damit einen Gefallen, wenn man die zwischendurch einmal dreht. Dann werden die erstens schneller gar und zweitens gleichmäßiger. Unser Rost ist jetzt vor allem in den Außenbereichen schon gut vorgeheizt und da können wir jetzt gleich unseren Fisch angrillen. Ich werde aber trotzdem jetzt bei geöffnetem Deckel auch die mittleren Brenner einmal auf niedrige Stufe dazuschalten, weil unsere Dorade, wenn wir die gleich in 10 Uhr, 2 Uhr Stellung auflegen, natürlich ein bisschen über diesen einen Brenner hinausragt. Und wir wollen trotzdem überall ein möglichst gleichmäßiges Branding haben. Also die mittleren beiden Brenner auf kleinste Stufe dazunehmen, den Deckel aber geöffnet lassen. Ansonsten werden unsere Kartoffeln zu schnell zu dunkel. Kurze Unterbrechung an der Stelle, aber es lohnt sich. Wir haben dieses Jahr endlich die Chance, uns mal live zu sehen. Die erste und vielleicht auch einzige Möglichkeit dieses Jahr, ich weiß nicht, ob dieses Jahr noch mehr folgt, aber da können wir uns auf jeden Fall live sehen, ist am 30.04. Wo, wie, wann, all das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der Trick, damit uns der Fisch nicht am Rost kleben bleibt, ist eigentlich gar kein Trick, sondern einfach eine sehr ordentliche Verwendung unseres Rostes. Ein Punkt, damit Fisch nicht am Rost kleben bleibt, ist ein sauberer Rost. Also nehmt euch eure Edelstahl-Grillbürste und bürstet einmal den Rost ganz, ganz gründlich ab. Da, wo der Fisch nachher drauf soll, wirklich mehrfach drüber gehen. Selbst wenn ihr denkt, das ist schon sauber, nochmal drüber gehen. Punkt Nummer zwei ist ein sehr gut geölter Gussrost. Und dafür werden wir jetzt nochmal die Brenner ausdrehen und werden dann entweder mit einem Silikonpinsel und mit Öl das Ganze hier einpinseln oder, wie ich jetzt mit einem Fettrennspray, richtig gründlich einsprühen. Nicht nur einmal drüber, sondern richtig dick. Und Punkt Nummer drei ist zur Sicherheit auch nochmal unseren Fisch an sich einfetten. Das könnt ihr tatsächlich auch mit Fettrennspray machen. Ich nehme dafür lieber Öl mit einem Pinsel und bepinsel den nochmal ein. Aber es spricht nichts dagegen, Fettrennspray dafür zu benutzen, wenn in dem Fettrennspray nichts anderes ist als Speiseöl. Und jetzt können wir unsere Dorade auflegen in der 10 Uhr, 2 Uhr Stellung für zwei bis drei Minuten pro Seite. Ein kleinerer Aspekt noch zu beachten, ich habe jetzt die Kopfseite nach hinten gelegt, die Schwanzseite nach vorne. Die Kopfseite braucht immer etwas länger, bis sie durch ist. Wir wollen natürlich nicht den Kopf essen, aber das Fleisch ist in Richtung Kopf natürlich dicker. Und hinten ist der Grill heißer und das machen wir uns so zunutze. Bevor wir unseren Fisch jetzt gleich wenden, werden wir den einmal nochmal von der anderen Seite einölen, weil auch diese soll ja gleich nicht kleben bleiben. Punkt Nummer vier, ihr braucht zwei Werkzeuge. Einen Pfannenwender und eine Grillgabel oder irgendwas anderes. Und wir werden jetzt mit der Grillgabel unseren Fisch auf den Pfannenwender legen und dann aufs Rost ablegen. Anders als bei Steaks werden wir jetzt auch schon beim Angrillen den Deckel immer wieder schließen für die zwei bis drei Minuten und dann öffnen, sobald wir den Fisch wieder drehen wollen. Kurz bevor der Fisch jetzt fertig angegrillt ist, da geben wir jetzt nochmal in unsere Schüssel, wo wir eben die Kartoffeln drin hatten, unsere Tomaten und schwenken die auch nochmal schön durch. Solltet ihr nicht mehr genügend Öl oder Salz drin haben, dann nochmal ein bisschen was nachgeben, ein bisschen nachsalzen und dann können wir unsere Tomaten gleich zu den Kartoffeln dazugeben. Wir drehen jetzt die mittleren Brenner wieder aus. In die Mitte stellen wir eine Edelstahlschale, zum Beispiel jetzt hier so eine Ikea-Konzis-Schale. Falls ihr keine habt, könnt ihr aber auch eine Planscher nehmen. Da rein in die vordere Hälfte legen wir dann jetzt unsere Tomaten als Beilage und hinten rein legen wir dann die Kartoffeln. Unseren schön knusprig gegrillten Fisch, den legen wir jetzt nach oben, da wo vorher unsere Kartoffeln lagen, indirekt. Und dort bleibt er jetzt nochmal für zehn Minuten liegen. Nach fünf Minuten werden wir ihn aber nochmal wenden. Fertig ist unser Gaumenschmaus. Ich muss sagen, die Dorade von der Haut sieht wirklich fantastisch aus. Wir schneiden gleich mal an, gucken wie saftig sie auch noch im Inneren ist und natürlich auch, ob sie durch ist. Vorher kümmern wir uns aber um die Beilagen. Um die Dorade so gut grillen zu können, ohne dass sie kleben bleibt, habe ich euch alles erklärt. Ich hoffe, ihr könnt das wirklich dann Schritt für Schritt genauso nachmachen und kommt zum selben Erfolg. Den einzigen Trick, den ich heute hier verwendet habe, den habe ich fürs Thumbnail verwendet, damit mir die Kartoffeln nicht vom Brett runterrollen. Und zwar habe ich die jetzt noch aufgespießt. Also nicht wundern, warum die jetzt aufgespießt sind. Das ist nur fürs Thumbnail gewesen. Und auch die Kartoffeln sind nach dieser Zeit wunderbar durch. Noch ein bisschen heiß, aber sehr schön weich, gut gesalzen mit dem Öl, Rosmarin an Kartoffeln. Ich glaube, man kann es nicht besser machen. Wenn ihr Fans von Rauchgeschmack seid, könnt ihr auch noch für die Kartoffeln die ersten 20 Minuten einmal eine Räucherbox mit einer Handvoll Chips in den Grill stellen. Dann habt ihr letztendlich gesmokte Kartoffeln, falls das was für euch ist. Dann jetzt noch ein Tometchen, bevor wir uns um die Dorade kümmern. Ich konnte mich jetzt schon beim Trangieren der Dorade nicht zurückhalten und habe schon probiert. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, es ist so unfassbar saftig. Das Fischfleisch zergeht auf der Zunge. Genauso muss es sein. Vom Angrillen her wirklich drauf achten. Rost schön heiß. Nehmt lieber die drei Minuten statt die zwei Minuten, damit die Haut schön knusprig wird und gut einfetten. Und dann wird es einfach ein Genuss. So, mein Team will auch noch was abhaben. Deswegen höre ich an der Stelle jetzt hier auf, das Ganze zu verkosten. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Und wenn ihr ein Abo da lasst, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.